Nach der Wahl ist vor der neuen Regierung und hier kommt man an der ÖVP nicht vorbei. Die Partei berät sich heute wie Grüne und Neos, stellt vielleicht schon ein Team für Sondierungen auf. Die FPÖ hingegen hängt an ihrem blauen Montag einen weiteren Tag dran, während Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Lösung für sein Kickl-Problem sucht. Noch in der Wahlnacht telefonierte der Bundespräsident Van der Bellen mit Bundeskanzler Karl Nehammer. Alexander Van der Bellen und Herbert Kickl, das ist eine äußerst angespannte Beziehung. 2019 passierte der Bruch. Der Bundespräsident entließ Kickl auf Wunsch des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz als Innenminister. Nie zuvor wurde ein Minister in der Zweiten Republik seines Amtes enthoben. Fünf Jahre später soll nun Van der Bellen ausgerechnet dem FPÖ-Chef, den er hochkantig aus der Koalition schmiss, den Regierungsauftrag geben. Diese Hürde scheint der Bundespräsident nur schwer nehmen zu können. In seiner Rede an die Nation nannte das Staatsoberhaupt Bedingungen für den Regierungsauftrag. Doch wo haben die Parteien genau gepunktet? In Gemeinden mit niedriger Arbeitslosigkeit, niedrigem Einkommen und höherer Abwanderung wählten die Menschen vor allem FPÖ und ÖVP. In Zuwanderungsgemeinden sowie Orten mit höherem Einkommen und höherer Arbeitslosigkeit punkteten vor allem SPÖ, Grüne und Neos. Untertitelung des ZDF, Grüne und Neos.